Sehr geehrte Damen und Herren, Ich bin Jutta Thiel von der Uni Regensburg und begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Vortrag Jugendgewalt in Deutschland. Um es vorwegzunehmen, dass jugendliche Grenzen übertreten, ist normal. Es gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu. Jugendliche werden viel häufiger in kriminelle Handlungen verwickelt als irgendeine andere Altersgruppe, insbesondere wenn Gewalt im Spiel ist. Dass die Täter immer jünger und immer brutaler werden, ist jedoch ein Problem. Nicht nur für die Opfer, meist ebenfalls Jugendliche, sondern für die gesamte Gesellschaft. Weil Jugendliche besonders sensibel auf Veränderungen reagieren, gilt Jugendgewalt als Indikator für gesellschaftliche Krisen. Sie kann als eine Art Fieberkurve der Gesellschaft bewertet werden. Nehmen wir als Beispiel die Wiedervereinigung Deutschlands. In den Jahren danach stieg die Zahl krimineller Jugendlicher in Deutschland rasant an. Medien und Forschung suchten nach Erklärungen, die Öffentlichkeit war alarmiert. Jugendgewalt wurde zum ersten Mal als Problem genannt. Mittlerweile sind die Zahlen gewalttätiger Jugendlicher stark zurückgegangen. Jedoch hat sich in der Vorgehensweise der Jugendlichen inzwischen einiges verändert. Viele Regeln, die früher für Prügeleien unter Jugendlichen galten, gelten heute anscheinend nicht mehr. Die Schläger zielen bewusst auf den Kopf und es ist längst nicht immer Schluss, wenn das Opfer am Boden liegt und aufgibt. Aber warum werden Jugendliche überhaupt gewalttätig? Fest steht, es ist nicht ein bestimmter Grund, sondern eine ganze Reihe von Ursachen, von Risikofaktoren, die zur jugendlichen Gewalt beitragen. Klar ist auch, eine biologische Störung ist selten der Grund, wenn ein Jugendlicher gewalttätig wird. Ein Risikofaktor ist mit Sicherheit das Elternhaus. Konflikten mit Gewalt zu begegnen, ist eine Strategie, die Kinder oft von ihren Eltern erlernen. Gewalt wird von Generation zu Generation weitergegeben. Auch eine problematische Wohnsituation kann ein Risikofaktor sein. Mangelnde Sprachkenntnisse, brutale Filme oder Computerspiele, sozialer Neid und sogar Langeweile, all das kann eine negative Wirkung haben. Die Gewaltspitze liegt bei ca. 16 bis 21 Jahren. Danach geht die Gewalt zurück. Das Ende der Gewaltbereitschaft kommt meist von alleine. Aus den meisten Jugendlichen, die eine aggressive Phase durchlaufen, werden später friedliche Erwachsene, die nie wieder auffällig werden. Dennoch ist es nötig, so früh wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um solch eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Die Jugendlichen müssen unter anderem erkennen, dass es nicht nur körperliche Gewalt gibt, sondern dass Gewalt schon viel früher anfängt. Auch Mobbing und Ausgrenzung sind eine Form der Gewalt. Studien haben außerdem gezeigt, dass Jugendliche, die besonders häufig als Täter in Erscheinung treten, auch häufiger Opfer von Gewalt sind. Viele Opfer wollen leider nicht über ihre Erlebnisse reden, aus Angst, dass ihnen noch mehr passiert, oder sie wollen schlicht nicht mehr an den Vorfall erinnert werden. Jedoch ist in den letzten Jahren die Bereitschaft jugendlicher Opfer, Gewalttaten anderer Jugendlicher anzuzeigen, gestiegen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.